hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge transport führer 2 auf meinem kanal in der letzten folge waren wir hier am freiburger hauptbahnhof und genau haben dort ein bisschen schönbau gemacht ich finde dieses bahnhaus gold immer noch einfach nur sehr geil und jetzt stellen wir noch das stelle hat noch gemacht einen parkplatz und heute wie sagen brauchen wir die neue strecke die geplant war hier kommt der schweizer kollege eingefahren mit der er sich mit der a66 er sagt ziemlich lange jetzt einfach nur schön leider aber keine wende zugsteuerung weiß ich ob es an steuerwagen oder an der logg liegt aber das ist was da werden wir uns jetzt nicht um kümmern wir haben hier noch das parkhaus aufgestellt die wende schleife ja ich glaube das kann sich schon sehen lassen und okay hier muss die kai natürlich noch ein bisschen bauen und wenn es kacke aussieht kann man auch sagen okay da brauchen wir dann selber was sind die ersten hochhäuser stehen hier schon fluss und freiburg heißt also der rein ist es nicht ich glaube da gab es noch einen anderen fluss ich bin mir gar nicht sicher darum sollte aber heute auch nicht gehen ich bin übrigens auch überlegt dass man auch eine strecke hier von freiburg nach bieberach machen kann schon sagen aber bieber ist deutlich näher an offenburg deswegen wird es wahrscheinlich eher offenburg und offenburg nach bieberach von freiburg nach bieberach am rhein sondern jeweils eine kleine schöne abgelegene nebenbahn bauen genau ist so ein bisschen der plan aber heute wollen wir was anderes machen und zwar die strecke von karlsruhe nach straßburg beziehungsweise nach kehl machen wir es dann auch so dass wir vielleicht auch noch mit breisach verbinden so was noch gucken jetzt brauche ich erstmal die strecke von karlsruhe nach straßburg also der plan ist hier durch ettlingen durch den bahnhof in baden baden ist noch nicht angeschlossen rheinmünster auch nicht das heißt hier eine brücke und dann nach rheinmünster dann einmal über den rhein und hier nach straßburg noch einen größeren bahnhof machen fünf gleisig oder so würde ich jetzt einfach mal ja wer vielleicht ganz okay hier karlsruhe ist natürlich auch schon ein bisschen gewachsen das gefällt mir jetzt hier wieder überhaupt nicht da bauen sie die kai wieder da wo ich bauen will ja genau ich muss halt kollisionsplatten und so alles hin machen so dass halt wichtig ist dass direkt an der straße irgendwas dran ist was kollision hat weil die kai baut ja nur an der straße nach hessen ihrer c gebäude neben dem ihrer gebäude nicht schlecht ja ja war schon abgezweigt jetzt muss man halt gucken nur hier durch ettlingen durchkommen der plan ist eigentlich dass das noch zu karlsruhe gehören wird habe ich mir so ein bisschen gedacht also ich würde mal hier einfach die holzschwellen mal nehmen ja ich würde glaube ich ja die steinschwellen nehmen oder die betonschwellen die strecke wird dann auch übrigens zweigleisig recht habt ihr gesehen ich habe es mit karlsruhe schon verbunden jetzt gucken wir mal hier das was hier gut verbinden kann man hier muss es auch nicht zwingend 160 sein da das hier alles noch im stadtgebiet von karlsruhe sich befindet ja das ist glaube ich okay da muss er dann eh wieder halten weil ich mir gedacht habe dass hier in ettlingen der fernverkehr die er hier vielleicht eigentlich durchkommen soll nicht hält bevor tgw und so hier durchfahren zu lassen also ich glaube das ist okay das können wir machen dann gibt es hier einen bahnhof deutschen bahnhof machen wir mal hier diese ach nee wir haben nur die zur auswahl was ist das hier die adr gg ist okay ja würde ich nehmen glaube ich 160 meter ich glaube ich vollkommen ausreichend dann hier durch den wald an der raststadt vorbei jetzt wird es natürlich ein bisschen ruckeln da wir hier ja die ganzen bäume haben ganz kurz an meinen kopfhörer hier richtig hin machen einen moment der sitzt nämlich nicht richtig ich würde sagen den machen wir mal irgendwie so mitten in die stadt rein hier leider nicht ganz im leben ist ja tut mir leid ich habe es leider mal ein bisschen mehr wenn wir machen damit das hier auch okay aussieht so einmal mit dem schönen tool hier dran ja es ist jetzt da müssen wir gucken ich glaube ich einfach so machen das hier das hier ist ein bisschen schräg dann haben wir hier baden baden das schließt mal jetzt an der einzige ort denke ich wo ich schön machen wir das dann straßburg also im video alle anderen oder mache ich dann wahrscheinlich auf dass ich die so ein bisschen schön mache und euch dann berichte so kann man es ja auch machen so so ja das ruckelt jetzt leider kurz ein bisschen da müssen wir alle kurz durch das ist hier eine straße ach ne das ist ja mal ein kleiner bach den ich hier gemacht habe ja den habe ich auch aufs green gemacht das finde ich ganz schön geworden das ist schon extrem störend ist gleich verweiler dass gleich aus bald raus dann wird es denke ich wieder ok ich überlege was wir hier so fahren lassen außer tgw aber ob wir heute noch dazu kommen zu mir darauf zu setzen glaube ich jetzt nicht ja wird in der nächsten folge denke ich mal wenn man da nicht wieder was ich eher glaube also erst mal gucken wir wie weit wir hier kommen heute die brücke lässt nur 90 zu hier wollen wir ja schon ein bisschen durchrattern ich bin fast zu modernen glaube ich ich hätte gern auf beiden seiten einen brückenpfeiler groß vielleicht eine unsichtbare brücke und mit der überlegung ich habe hier diese u2 brücke da gibt es dann noch brückenpfeiler als assets die dann ans gleis ich glaube das mache ich die dran es ist hier eine kleine brücke da muss man es jetzt nicht übertreiben runter jetzt habe ich jetzt zwei minuten gefühl mit dieser brücke verbracht aber brücken sind halt echt geil und die kam einfach auch dazu raus ja jetzt bleiben aber noch 160 jetzt entschuldigt mich ganz kurz ich muss was trinken sehr warm heute wieder so wir kommen jetzt mal gucken er würde mit einer selbstgebauten brücke glaube ich auch ganz gut aussehen weil wenn ich jetzt hier gibt es ja diese hier gibt es ja diese auch da wird trotzdem eine straße da keine straße bitte ja wir haben dann gleich das terrasse würde es ja nicht gerade schön aus ne leute wisst ihr was dann würde ich sagen mache ich hier eine brücke im eigenbau genau dann wollen wir mal ich mach das jetzt ich baue das hier mit ein mach das nicht in der schönen Baufolge weil ich will jetzt hier auch nicht großartig was richtig kompliziertes machen ja so ein bisschen schlicht also ich bin wenn ich auf meiner privaten schönbau app was mache dann bin ich immer mit meinen sachen irgendwie was heißt immer ich bin oft einfach unzufrieden mit dem was ich baue aber jetzt hier hat muss ich sagen das kann man sich schon eigentlich angucken das ganze für youtube macht vielleicht gibt man sich dann noch ein bisschen mehr mühe das kann natürlich auch sein man will seinen zuschauern ja nicht irgendwas zeigen was nicht gut aussieht das sind schon offen sein das ist auch nichts ticken breiter noch oder länger so so und ruckzuck haben wir hier eine schöne brücke vielleicht den flussverlauf dann auch noch mal ein bisschen ab jetzt ein paar tische dran so 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 Mit den ganzen Mods und den Pinselmods, die zwar echt alle grün sind, aber da wird es dann auch in dem Menü ein bisschen unübersichtlicher. So, dann finde ich, ist es hier wirklich eine sehr schöne Brücke geworden. Ein Detail noch, was mir hier noch fehlt. Und ein Autosave. Das ist das, was ich gesucht habe. Ganz kurz, nochmal weg. Nein, nicht das nochmal weg. Das habe ich nicht gemeint. Das kann halt passieren. Ach nee, jetzt habe ich fast das ganze hier weggenommen. So, jetzt. Hier haben wir bitte Null. Ja, muss es trotzdem so machen. Ja, Hauptsache, wenn wir hier... Oder wartet mal, was ganz anderes. Das muss ja hier ein Tick näher ran. Nicht, dass wir hier wieder das Falsche abreißen. Jetzt ist der Wunder. Baustoffe 4 und ich hab. Ich kann doch nicht gerade konzentrieren ein bisschen. Ach, jetzt bin ich froh, dass wir diese Dump-Warmot haben. Ohne die, ja, wäre das Spiel... Ja, also mit ist es schon echt geil. So, als Motiv für unseren Screed-Shot. So, Baden-Baden, jetzt kommt Rheinmünster und dann sind wir schon in Straßburg. Hier um die Stadt kümmere ich mich später, im Offdown wahrscheinlich. Mach ich da mal ein bisschen weiter. So, das war's. Immer diese Ruhe beim Bauen, ne? Kennt ihr das? So. So. Wo war da mit einer Brücke drüber? Wir probieren's. Ja, schade. Nee. Sehr, sehr schade. Aber das, äh... passt doch von der Höhe. Es kollidiert nur. Warum auch immer. Es ist doch eine Brückenhöhe, oder nicht? Ja, Leute, dann... Da müssen wir nochmal gucken, ne? Wir können hier auch erst die Brücke bauen. Und gucken wir mal, was wir hier für eine Brücke nehmen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt hab, aber die benutze ich extrem gerne. Und die nehmen wir auch, denn die ist einfach nur schön. Das ist manchmal nicht ganz einfach, mit dem Brückenbau. Das ist nochmal weg, und dann... Das schütten wir auf. So, dann bauen wir hier in Rheinmünster mal kurz... Kleinen Bahnhof, dann gucken wir mal, wie wir das am besten machen. Hier oben dran so ein bisschen. Muss ich zwar auch hier wieder die halbe Stadt zerlegen, aber so ist es normal. Aber wir bauen noch bis nach Straßburg. Und je nachdem, wie viel Zeit wir dann haben. Die letzten Folgen wurden ja ein bisschen länger. Es ist jetzt 18 Uhr bei mir aktuell. 17 Uhr 33 habe ich das Video gestartet. Ja, wenn wir mal ein bisschen drüber sind, ist das nicht schlimm. So, was ich immer ganz gerne machen würde, dass wir diesen modernen Regionalbahnhof bauen, wenn er denn schon verfügbar ist. Der hier... Ja, ist schon verfügbar. Das ist sehr, sehr gut. Gerade auch nur in zwei Größen. Ne, dann nehmen wir den nicht. Dann nehmen wir den ganz normalen deutschen Bahnhof. Nehmen wir hier das DB1969. So, vielleicht lassen wir es auch wirklich einen Haltepunkt bleiben. Also so wie jetzt ohne Gebäude und so. Also einen Haltepunkt so oder so. So oder so bleiben. Ne, aber komplett ohne Bahnhof. Ich meine, da kann man ja auch dann trotzdem was Schönes draus machen. Dann einmal verbinden, bitte. Wir fahren noch 160, sehr gut. Die Strecke brauchen wir auf jeden Fall noch. Zug machen wir auch noch. Lassen wir dann aber von Karlsruhe fahren. Linie noch und dann... So ist Strasbourg. Oh, Strasbourg hat einfach auch schon eine sehr große Stadt. Ich lasse es mit französischem Akzent zu sprechen, weil sonst lacht ihr mich aus. Und das will ich nicht. Wahrscheinlich lacht ihr mich so oder so aus, ne? So ist es doch. Auslachen tut es nämlich sowieso. Verständlich. Oder unten am Wasser vielleicht. Ne, mach mal. Ja. Und dann sogar vielleicht... Ist es nicht in der Realität wirklich so, dass eine Straßenbahn von Straßburg bis nach Kehl fährt sogar? Ja. Was habe ich da mal gesehen? Im Fernsehen. So, da muss ich auch Straßburg leider etwas zerlegen. Tut mir sehr leid. Hier passen die deutschen Bahnhilfe natürlich nicht, deswegen würde ich einfach einen Vanilla-Bahnhof nehmen. Fünf Gleise hätte ich jetzt gesagt. Ich denke, das ist angemessen. Ich denke, das ist angemessen. Ich mache das gerade machen. Das war... Ich meine Weichenbau finde ich schon nervig, aber das... Ja. Reden wir nicht drüber. Ich muss noch mal eine Brücke bauen. Ja. 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 Ich gehe jetzt einfach ab. Ja. Ja, ich nehme eine Brücke bitte. Und wenn ich die freundliche ausmachen kann, dann kann ich nämlich das Fenster wieder aufmachen. Hier würde ich jetzt echt mal, glaube ich, die nehmen. Ja, das ist nicht schiffbar, ne? Da setze ich mich auf nochmal ran. Da habe ich jetzt nicht so viel Lust, ehrlich gesagt. Straßburg zieh mal ein gutes Stück die Gleise raus. Dann verbinden wir die, dann setzen wir den Zug hier hin. Und dann ist auch Feierabend für heute. Ja, wir haben ja nicht viel gemacht, aber trotzdem haben wir auch wieder viel gemacht, ne? Das klingt komisch, aber im Endeffekt haben wir nur die Strecke gebaut, aber eben auch ewig dafür gebraucht. Ja, dann haben wir hier doch echt was ganz, ja, was ganz Brauchbares geschaffen. Kurz ne Weiche. Ohne Doppelkreuz. Ich mache jetzt erstmal, glaube ich, nur die Fernverkehrslinie. Da setze ich dann einfach mal kurz die Vanilla-TGW drauf. Ich bin nämlich noch nicht dazu gekommen, einen anderen, also, ähm, aus einem Workshop oder so. Steigung zu groß? Bitte wat? Kann nicht sein. So, dann machen wir hier für das erste Mal einen PZB-Magnet als Wegpunkt. Signale werden noch kommen, keine Sorge. Aber erstmal will ich auch die Fernverkehrslinie machen. Dann einmal Straßburg. Dann einmal den anderen Wegpunkt. Dann wird natürlich noch durch Signale ersetzt und so weiter. Dann habe ich jetzt eine Weiche. Das ist vom Depot. Dann kaufen wir hier drin kurz. Ich kann auch mal gucken. Vielleicht habe ich hier so einen normalen blauen TGW. Da habe ich, glaube ich, sogar einen. Da muss ich natürlich suchen. DGW. Ah, leider nicht. Nur den hier. Aber... Das erste reicht, das glaube ich. Ich blende die Linie noch ganz kurz um. Ja. TGW. Karlsruhe. Ah voilà. Straßburg. Hallo. Hallo. Grüß dich, Kollege. So, jetzt haben wir es. Hallo. 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 Die nächste Mal. Und mit den beiden Bildern verabschiede ich mich aus dieser Folge. Hat mir mal wieder Spaß gemacht, die Strecke zu bauen. In der nächsten Folge werden wir uns ein bisschen um Straßburg kümmern. Bis dahin macht's gut. Mir hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.